Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin der Loge schließe, Mr. Harvey. Das war doch vor fünf Minuten noch ein ganz anderer. Er wurde von mir nach der Pause abgelöst. Darf ich den Namen des Herrn in Ihrer Begleitung erfahren? Sie kennen doch die Vorschrift. Ich muss jeden Besucher der Loge des Herrn Lloyd und die Zentrale weitergeben. Okay. Das ist Mac Allen von den Werkzeugstahlwerken Allen in Buffalo. Danke, Mr. Harvey. Und hier ist eine Verloge. Moment mal. Position. Was ist denn? 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 Vielen Dank.